...waren es nur noch 27 Prozent. Um Ihnen ein bisschen Kontext zu geben, in Deutschland, das ist 58 Prozent. Eine der Firmen, die für die EU mitverantwortlich ist und vor dem profitiert, ist das 2010 in DDI gegründete Finti-Unternehmen, ATM. ATMs digital bezahlsystemen nehmen mittlerweile 34 Millionen Geschäfte teil, vom kleinen Straßenendland zum Lennkonzept. Tausende Geschäfte kommen gleich ab dem zu. Und hunderte Millionen Menschen nutzen den Service-Tapier. Wir haben unseren Firmen mit Rappo-Jay-Gaul aus der Führungsetage von BDM flachdreht. Jeder Mensch will ein Bankkonto. Aber da gibt es vor allem in den westlichen Ländern oft jede Menge Voraussetzungen, die man erfüllen muss. Eine minimale Mindesteinlage zum Beispiel, jede Menge Papierkramen, oft sehr kompliziert. Wir bei Paytm haben das alles digitalisiert. Du kannst eine digitale Brieftasche haben oder ein digitales Konto, ohne einen fällig draufzuladen. Und die Rappen dauert nicht länger als fünf Minuten. Das ist ja noch ein paar Minuten. Transaktionskosten gibt es keine, nicht für den Händler nicht. Die Kunden, das Geld verdient, ATM, Kreditvergabe, Datenhandel und Geräte, die mit den QR-Codes verbunden sind. Bei einem Euro im Monat kostet das die Hände. Für den Erfolg des wahrgeltlosen Zahns, aber brauche es mehr als neun Handy und einen QR-Code, erklärt uns noch Putschinger. Moment. Fahrgeltlose zahlen braucht eine Infrastruktur. Es braucht bezahlbare mobile Daten, sichere Identitätsverifikation und im Hintergrund andere finanzielle Produkte, wie ein Bankkonto oder eine elektronische Börse. Und dafür hat die indische Regierung in den Vergangenen nachgesagt. Mobile Daten gehören mit um die 10 Cent pro Gigabyte zu den wenigsten der Welt. Und mit einem Bürger hat eine rechte, eine Bankkonto. Aber es tut nichts, weil es nicht mehr als kann.